Willkommen zu einer neuen Folge von Rocket League. Diesmal wieder mit dem Jan. Jo. Und wir sehen uns gleich im Spiel. Ciao. Rechts. Jo. Fertig. Schöner Pass. Der sollte Mitte abprallen. Oh, fuck. Pass auf. Oh, Gott. Scheiße. Geil, sagt man. Ja, aber auch sehr riskant von mir. Sorry. Voll am Schlaf, ne? Scheiße. Ich geh rechts. Ne, ich bleib stehen. Ich bleib stehen. Kannst vielleicht faken. Okay. Ich faken nicht. Nein, nein, mach der nicht. Lol, lol, scheiße, sorry. Hab ich nicht mitgerechnet. Ich auch nicht. Bin hinten. Scheiße. Ich lasse ihn schießen. Hm, oh, pass auf. Ich bin leider nicht nach vorne. Ach, rechter nicht, okay. Sorry. Wow. Starker Versuch ich weg zu. Bin im Tor. Keine Sorge. Ah, fuck. Sorry. Was macht er da? Spann. Hab leider keinen Boost, also kann ich nicht viel damit machen. So. Ja, leider nicht. Ich hab. Schön. Ah, Mann. Wie war es dir drin, oder? Scheiße. Geht nicht. Es ist. Hast du's. Bin links. Kommt der weit genug? Ja, sehr gut. Oder passt's. Nice one. Ey, so eine Typ ist schon wie so lächerlich, Mann. Dieser Rags. Weiß er nicht was. Hm. Ich hab. Ja, keine Ahnung, wie der heißen soll. Ich bin. Fahr durch, wenn. Ich bin. Eine von denen ist echt nicht stark, also. Ähm. Ne, die gehe ich nicht. Ah, er faked. Ich bin ein Stück zurück an der Mittellinie. Ich geh hoch. Probiert zu. Uff. Ich muss einfach so viele Areas heute. So, ich find's Tor. Alles gut. Warum ist mein Auto da grad so komisch? Ja, ich hab's gesehen. So kurz hoch gehüpft, ne? Naja. Jetzt geh du zwischen. Aufpassen. Schön. Ähm. Dribble. Probier, probier. Nice. Gut, dass ich nochmal dran komme, ey. WTF Teamate. Nice. Ja, der ist weggerammt, läuft. Ich gehe links. Links, links. Er geht nicht. Ah. Nein. Oh, schade. Ich brauch meine Zeit. Vorsicht. Geht nicht. Aber er ist da. Ja, alles gut. Oh, fuck. Du. Probier nach links zu passen. Nein. Schade. Probier du. Ja. Hm. 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 Ach, schade. Ich bin im Tor bei uns. Sehr gut. Sehr gut geblockt. Oh, erklärt den. Hast du? Ich spiel nach hinten. Ja, ich hab dich bekommen. Ich fahre auch durch. Ich bin jetzt gleich im Tor und der kommt flach. Verdammt. Oh, sehr gut dran gekommen. Ich bin im Tor. Ja. Ja. Deiner jetzt in Ruhe. Dein Wust. Ja. Ja. Ich bin voll. Bisschen noch. Ich geh doch hin. Schön. Ey, dieser Sammler probiert richtig oft zu zerstören. Oh, scheiße. 22 ist doof. Und unnötig. Schade. Geh du. Das hat ganz komisch. Ja. Deiner. Okay. Oh, fuck. Schade. Irgendwie Backflip oder so. Oh, das war dumm. Geht nicht. Probierst das zu klären. Schön. Ja. Ich bin. Oh, das ist schlecht. Schade. Sorry. Oh, schade. Schön. Schade. Pass auf. Nein. Alles gut. Ich konnte nicht ausweichen. Habe ich. Oh, dann hast du aber. So gut. Den Boost. Und dann hau irgendwie nach vorne. Komm, den schaff's nochmal. Ich glaube nicht. Ah. Schade, dass er kaum Power hinter kommt. Er bleibt ein Tor. Jetzt kommt er. Kein Boost. Sehr stark. Ich geh hin. Der ist in einer komischen Situation. Kein, nicht da. Und kein Boost. Ah, fuck, man. Schade. Jetzt hab ich wieder Boost. Pass auf. 1 gegen 1. Ja. Sehr wichtig. Ja, ich glaub mir in meinem Boost. Hab kein Boost. Oh nein. Das ist nicht gut. Schade. Oh, wie wir jetzt mit einem Tor zurückliegen. Ich bin rechts. Jo. Boah. 15 Sekunden, wir müssen uns konzentrieren. So feste vielleicht. Bitte. Oh, scheiße. Oh, Gott. Was? Die Kaki kann man da bitte sein. Oh. Oh, mein Gott. Das hätten wir nicht verlieren müssen. Das stimmt. Ja, und direkt die Liga runter. Und du bist auch. Oh, fuck. Raus aus Diamond. Ja, wir müssen jetzt wieder aufholen. Bis zum nächsten Spiel. Bis zum Team. Deinen hatten es mehr. Ich fahr. Was? Ja, ich bin rechts. Ich geh direkt. Ja, das ist gut. Zeit. Erst hinter dir. Aber jetzt. Ja, leider kein Boost. Links bin ich. Ah, komm komm komm. Oh, schade. Oh, schade. Oh, schade. Oh, schade. Oh, schade. Ähm. So. Schön. Sehr schön. Ich lasse den Boost hier. Probieren zu bekommen. Ist gut. Danke. Oh. Schade. Wie lange erwartet, bis, äh, bis du nicht mal oben bist. Ah. Oh. Oh. Sehr gut. Die sind beide wieder sehr gut. Hm. Stimmt. Wer hätte ich reinmachen können. Ja, war nicht so schlagbar auf jeden Fall. Ja. Geh drauf. Schön. Noch kommt gefährlich, pass auf. Ah, sehr gut, guck mal. Wir sind zu viel, sorry. Ähm, immerhin hinten links. Ja, man. Ja, man. Ich geh weg. Ich geh rauf. Oh fuck. Sorry. Geh weiter. Geh zu dir. Nein, ich schaue es nicht. Schade, guter Pass. Danke. So. Ja, der macht ja nicht. Was ich jetzt damit. Lol. Lol, das ist halt wasted. Oh mein Gott, lol. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, sie kommen gar nicht. Sorry. 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 Der kommt direkt runter, weil er in der Ecke ist. Deiner, wenn ich vorweg. Äh, ich hab. Oh mein Gott. Was mach ich grad? Sorry. Ich hab grad zwei richtig freie Schüsse. Schön. Ich bin mit, er kommt nicht wieder. Pass auf, ich passt zurück. Jo, schön. Pass auf, er ist da. Sehr gut. Nimm den Boost. Genau. Sehr schön. Komm, der geht rein oder nee. Vielleicht. Nee. Oh Gott. Sehr gut. Sehr gut. Das war schon wieder so knapp. Ja. Sehr gut. Ich gehe links. Okay. Oh. Sorry. Er hat einen schnellen Anschluss gemacht. Pass auf. Oh, sehr gut. Probierst du einfach mal richtig. Nein, nein, mein Boost. Sorry. Mein Gott. Aber selbst für seinen Mail zu schnell. Mann. Komm, geh mal noch Boost. Ja, dann hast du aber. Schön gemacht. Schön, sehr schön. Aber ich bin leider nicht gleich. Kein Boost. Der macht fast leider. Schade. Oh Mann ey. Ich gehe rauf. Sehr gut gemacht. Ich gehe mit Boost. Bei uns. Jetzt haben sie noch eine Chance. Ich bin zu hoch. Oh, sehr wichtig. Sorry. Okay, sehr gut. Ich gehe ins Tor. Ich habe. Oh, schade. Pass auf, er geht auch hoch. Schafft er aber nicht. Sehr gut. Ich hab's. Ich warte jetzt mal was er macht. Ja, genau das wollte ich. Oh, schade. Ich bin richtig schlecht ausgeflogen. Sorry. Ich bin in der Mitte links. Ach, ich schaffte wieder nicht. Ich hab dich perfekt darüber erklären können. Ach, wie lucky ey. Ohne Witz. Ich hasse solche Leute. Wow. Dass er in seinem Drehen da nochmal drankommt, ne. Hinten rechts. Fahr du. Fahr du. Fahr du. Okay, okay. Scheiße. Das war knapp. Alles gut. Oh, nee. Ein Glück. Oh. Kannst du halt bei ein Öl einfach nicht. Richtig kacke. Oh fuck. Ja, verlor weg. Ah, ich muss wieder den Boost. Äh, den Ball. Uh. Sehr gut. Deiner. Ah, ne. Du, 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 du. Ah, schade. 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 Nein. Ah, geht nicht. Pass auf. Kommt aber auch nochmal. Puhuhuhuhu. Alter, wir sind grad so ein Lucky. Ah. Boah, ich dachte, ich komme da irgendwie dran, ne. Zu weit vorne, glaube ich. Hä? Er kommt da halt irgendwie dran, ne. Mh. Ich bin. Fahr. Schön. Ja, ich geh. Ah. Das war ja aber dann leider. Okay. Das ist natürlich wieder schön ein. Ich bin Boost weg. Nimm du den Boost. Ich geh drauf. 10 Sekunden. Scheiße. Ja. Ähm. Kein Boost. Oh, das ist natürlich negativ. Komm jetzt. Ich wollte nur einmal hochlegen für dich. Kein Boost. Ah. Sorry. Zweites Spiel verloren, ey. Das ist unglaublich echt. Echt. Wie ärgerlich, ey. Ja. Vor allem auf dieser Map war das sogar auch möglich und ja, keine Ahnung. 2 ohne den Ticket Tore bekommen. Dann bis zum letzten Spiel. Wenigst nicht Sternenbasis, ey. Ja. Bin rechts. Okay. Okay. Jetzt müssen wir aber nochmal gewinnen bis zum Schluss ein. Äh. Zweimal. Oh. Direkt zweimal runtergedopft. Sehr weit. Oh ja, genau. Au. Oh Gott, ey. Ich bin direkt runter so schnell wie ich wieder konnte. Ich konnte nicht mehr sagen, weil ich keinen Boost warte. Ja. Oh, der kommt genau da hinten rein, ey. Boah, rege ich mich gerade auf. Pass auf, pass auf, du schaffst es. Ja, ja. Mach ich. Leu, warum hat er denn hier aber gewirrt? Ich brauche Boost jetzt langsam. Probier nach hinten zu passen. Ja, oh Gott. Ich hab gar keinen Boost wieder, das ist so ärgerlich. Der kommt? Na, zu weit. Nee, geh nicht. Beschissen. Oh. Ich fahr durch ins Tor. Hat er gut gemacht. Komm. Ja. Okay. Ja, da haben können. Ich hab gedacht, dass er den nicht hat. Ich hab extrem gefällt eigentlich. Bist du? Rechts. Nice. Schön. Oh, nur Aubin. Ah, nee. Du? Schön. Sehr gut. Ich komm langsam mitte. Ich probier's. Schön, sehr stark. Nice one. Das gewinn war jetzt hier aber. Jo. Ich hoffe. Oh, zu fest. Pass auf, pass auf. Oh fuck. Ich bin gerannt. Ganz stark. Wenn er einen Fehler macht. Ja. Oh nein. Wie lucky kann man sein. Ach Gott. Ja. Sehr gut. Hast du gerammt? Ich weiß es nicht. Ich glaub aber nicht, dass er ein Ausschlaggame war. Wenn ich ihn gerammt habe. Keine Ahnung, was er da gemacht hat. Irgendwie schon so ein bisschen. Ich glaub stehen. Jo. Ich fäcke vielleicht. Nee, mach nicht. Ja. Haha. Nee, jetzt wird das so ein easy win, ey. Das ist doch scheiße. Rechts. Jo. Ja. Weiter. Oh, schau. Gute Versuch. Nimm den Boost. Kann der andere. Starke macht. Irgendwie so. 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 Boost. Und versucht in die Mitte zu bringen. Irgendwie. Come on. Oh, der direkt. Nice. Das Spiel. läuft wieder. Das ist doch schön. Mit links. Jo. Ärgerlich. Schön. Oh. Schön. Ich hab lieber noch mal rein gemacht. Ich glaub der, wenn ich da so geht. Guck mal gut auf was dann. Danke. Ja. Habe ich mir schon gedacht. Sagen wir machen noch eins, oder? Ja. Wir machen. So. Und der war Diamant. Halte ich ja alles gegen Platin 2 und 3 und dann gewinnen wir gegen Diamant 1. Ja. Na ja. Dann wäre Liga hoch. Noch ein Zusatzspiel jetzt. Bis gleich. Ah. Ich geh links. Okay. Schon wieder Wasteland. Also das ist unglaublich, ne? Ja, er hat halt probiert nach rechts zu spielen. Hä? Oh, lol. Ne, schau ich nicht noch mal. Deiner. Er ist da. Reichte. Oh mein. Sehr gut. Ich hab. Sehr lucky. Ja, sehr gut. Nice. Ja, sehr gut. Let's go. Oh. Gesehen, dass er gefällt hat, soll es erst nicht hingehen, dann... Ja. Bin rechts. Bin rechts. Okay. Oh. Oh. Ja, der versucht halt auch in der Ecke zu bekommen, ne? Das ist ja scheiße. Leck mal. Kannst zurück passen, wenn du willst? Gut weg zurück. Ja, sorry, konnte ich nicht. Er wach mal wieder. Geht nicht. Schönen abgelenkt. Oh nein. Nein. Ich hab... Bin auch... Nice. Kein Buß mehr? 0000. Nein, das mach ich. Ja, alles gut. Hauptsache kein Konter. Bin hinten bei uns. Oh. Oh. Andere Seite. Pass auf, der kommt. Ach so. Direkt. Schade. Fuck ey. Alles gut, Schade. Alles gut, Schade. Ah, ärgerlich nur sowas. Hey. Unglaublich. Sehr gut. Ja, ich warte noch. Wen hab ich? Jetzt deiner, ja. Bitte. Nein. Oh mein Gott. Ich hatte keinen Boost mehr. Mann. Scheiße. Oh, ich bin auch noch rauskläre. vielfältig, Mann. Schön gemacht. Schönen Dank. Amen. Pass auf, beide sind da. Ich bin noch nicht hinten. Oh, sehr gut. Oh, sehr gut. Jetzt deiner, wenn er schaffst. Freie vor. Oh, was? Das ist doch lächerlich. Was? Und sie hätten den auch noch mehr bekommen. Sorry. Ich hab ihn gerammt. Weil er steht direkt ins. Oh, pass auf, pass auf, pass auf. Ich hab ihn leicht gerammt. Und er trifft ihn trotzdem. Was ist denn da los gerade? Oh, es leckt ein bisschen. Ich hab aber. Bin längst von dir. Ich hab keinen Boost. Noch einmal. Oh nein. Als du ein bisschen eher sagen soll, dann weg. Ja, ich weiß. Oh, sehr gut. Ein Glück, ey. Ich wollte dir den aufpassen. Ich dachte auch, ich schaffet noch. Schade. Oh, ich krieg den Boost nicht. Pass auf, pass auf. Den hast du aber. Sehr gut, nochmal. Sehr gut. Jo, hab ich. Nice one. Danke. Leil, was auch zwei Minuten, 42? Ich dachte irgendwie, es wäre noch eine oder so. Wo bist du? Links. Nee, rechts, rechts, rechts. Okay. Ich geh rechts noch. Das ist einfacher. Was du zumindest immer. Oh, Mann, ey. Ich brauche Brust, aber. Den hast du, den hast du, um ihn rüberzulenken. Sehr gut gemacht. Danke. Ich warte wieder zu lange. Ich dachte, er geht wieder nicht. Mann. Deiner nochmal. Oh nein. Ich war zurück. Ja, der ist weg. Ja, der ist weg. Ja, der ist weg. Ja, der ist weg. Da ist weg. Dann ist er da. Nehmt, rechts. Schau. Habe ich. Sorry, sorry. Mein Fehler. Nee, nee, konnte die mir wegkommen, wie. Soll es jetzt machen. Oh nee, ich bin am Bus vorbeigefahren. hätte ich den gab so sehr gut gemacht wow sorry ich wollte nicht wünschen ich bin ich mal anleiten falls du nicht hast gott ich glaube sogar reise selbst reingemacht weil ich da in gesprungen bin kann halt ein totaler pinch wäre dabei rum die mir da ist im bus krieg dachte ich komme dran und dann aber immer noch alles drin jawohl das nicht warum ist es nein er kommt vor mir dran pass auf pass auf so hölle wie kommt ihr denn so hoch ist zwar nicht wirklich noch ein zweiter weißling krass gemacht ich auch nicht guter fake aber dann kommt der instant so hoch der war richtig gut geschossen oh mein gott hier links ja ich hab leider kein boost ja dann nimmt das herunter bitte ich warte kurz ja ich bin so ja genau passt zurück wenn du willst morgen kein boost war nicht weit genug wieso geht der denn so hoch jetzt verlieren wir die scheiße schon wieder da gibt es doch nicht guck mal wie hoch der abprallt irgendwie ich dachte hier kommt mal runter ein stück bin rechts ich bin voll zu sieger gegangen hätte sie machen sollen doch oder auch nicht mein gott jetzt kommen gut ich fühle ihn vorbei mann Mann, dann müsste er und ich dann auch. Och ey. Ist ja demotivierend hier. Och, schade. Das ist so ärgerlich, ne? Ja gut, dann war es das für diese Folge und bis demnächst. Ciao.